Yo, was geht ab euch meine lieben Freunde? Willkommen zu einer neuen Runde zu Overwatch 2. Seid ihr gehypt? Heute spielen wir auf jeden Fall mit Kiriko. Lieblingscharakter von mir. Easy peasy. Nur manchmal, manchmal auch nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Lilian Tower. Cool. Er ist da. Wir sind Angreifer. Wir spielen jetzt auf jeden Fall Angreifer. So, schauen wir mal was hier abgeht. Ok, let's go. Ok, 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 ok. Let's go, let's go, let's go. Yay. Oha, was ist denn hier los? Wem haben wir? Zwei Healer und drei Angreifer. Ok. Let's go, Freunde, let's go, let's go, let's go. Oh, ich nicht. Sind meine, meine Freunde da? Einen haben wir. Gehittet. Oh. Heal, 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 Heal. Haben wir den? Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Ah, den hab ich noch gerettet. Was sind wir denn jetzt? Oh, was macht mein Kollege hier? Nein, den hab ich überhaupt nicht gesehen. Wieso hab ich das getan? Weil ich ein Healer vielleicht bin. Mann. Naja. Ah, der hat mich richtig erwischt, ey. Schade. Mist, Mist, Mist. Mann, 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 Mann. Ja, super. Wieso hab ich das getan, ey? Oh, ey. Was haben die dort? Die haben Tank und ich weiß nicht. Drei Angreifer, zwei Healer, die haben einen Tank, zwei Healer, zwei Angreifer. Woher? Hä? Das gibt's doch nicht. Ich kann nicht. Ich muss hier ein bisschen weggehen. Ja, komm, 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 komm. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, das gibt's nicht. Das kann doch nicht sein. Nein. Ich treffe einfach mit diesen ganzen Dolchen gar nichts, ey. Haha. Ist das, warum da geflogen? Läuft bei denen. Ja, ich muss mich spurten. Komm, 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 komm. Den muss ich noch, komm. Den, den hab ich, den hab ich, den hab ich. Komm schon. Komm schon. Ich bleib lieber so hier stehen. Nee, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Weg, 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 weg. Heel, heal, 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 heal. Das gibt's doch nicht von oben. Wir hatten doch einen Angreifer gehabt von oben, oder nicht? Die mit ihrer komischen Kanone, Alter. Sie brauchen einfach nur schießen und bekommt man AOE-Damage. Das war's. Lol. Na ja, gut. Ah, komm. Bitte. Versuch mal die zu healen. Komme ich da dran überhaupt? Natürlich nicht, ey. So. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Den, den hol ich mir, den hol ich mir. Wo ist, wo ist was, wo ist was? Wo sind die, wo sind die alle? Gut. Ja, das war grad bisschen anstrengend, ey. Okay. 1100 gehielt hast. Bisschen wenig, ey. Müssen wir ein bisschen mehr spurten. Naja. Machen wir jetzt besser. Das machen wir jetzt alles besser jetzt. Mist. Okay, 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 okay. Bleibt in Sichtweite und ich beschütze euch. Das ist ne gute Idee. Wir haben jetzt auf drei Angreifer, ein Tank und ein Healer. Drei. Zwei. Ja, gut. Drei. Zwei. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Das rocken wir doch noch. Passt du die Fluchhöhre auf. Rücken. 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 Na gut, ey. Oh, das ist jetzt meine Schuld. Nein, ey. Nein, 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 nein. Nein, komm, komm, komm. Nein, ey. Ah, ich muss mal zu dem. Nein, nein. Aufdauern. Nein. Ah, jetzt soll gern gehen. Geh mal weg, ey. Oha, boah, ne, 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 ne. Ich muss da weg. Nein! Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ah, komm doch zu mir jetzt. das war jetzt blöd nein 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 mach dir down mach dir down geil 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 nein 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 komm 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 ja bleib hier bleib hier bleib einfach hier bleib einfach hier Komm, einfach healen, einfach healen, komm Einfach healen Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Komm, komm, heal, 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 heal Let's go, let's go, let's go, let's go Ah, komm, komm, komm Wir sind in der Urteilzahl, gleich zuhaften Wird vielleicht down oder was? Ah, nee, ich muss da weg Schade Nein Nein Komm, die haben wir, ja, nice Schade Schade, schade Nein, 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 ich muss das halten, ich muss das halten, egal was passiert Ah, von hinten, Mist Das gibt's noch nicht Nee, das gibt's noch nicht Okay, weiter geht's Geil, geil, geil Okay, das haben wir sehr gut gehalten Sehr gut gehalten Geil, Alter, das war eine schöne Runde Juppi Ja, man sieht, 3400 Fast ums Doppelte gestiegen Okay, da haben wir jetzt zwei Danks gehabt Und da haben sie noch geswitcht hier Nein, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht War gut Ja, dass wir die komische Bombe bedürzt haben Bomben Tossi Das ist aber auch schon cool, ey 3800 EP Läuft, nicht schlecht Ja, das war geil Komm, noch eine, let's go Wow Gut, Kiriko, wie gesagt, wenn man, mit dem muss man tatsächlich Movement bisschen können Meiner Meinung nach Und, äh, soweit schauen, wo die ganzen, ja, deine eigenen Mage stehen Teleportieren und Healen Ansonsten machen die Karten ja das Restliche Oasis Geil, Alter Gut, ich bin mal gespannt So, wir sind jetzt an, äh, Angriff Oasis Ich glaube, das ist das, was ich glaube ich mag Ich bin mir jetzt aber nicht sicher Ich bin mir jetzt aber nicht sicher Dann haben wir hier auf jeden Fall Tank Gut, das ist eine gute Kombi Ich suche mir meinen eigenen Pfad Ich suche mir meinen eigenen Pfad Ja, ich auch Ah ne, die Map kenne ich gar nicht Schau doch selber bei ihr vorbei Das auf die Wände klettern ist schon OP Ist schon OP Ist echt OP Wenn man das so kann Wie so Jump'n'Run hier Kann man schön ausweichen Komm, geht vor Ah, ist jetzt auf Tank konzentriert Gut, dann geh ich Zu dem rüber Ja, hä, was ist das denn? Nee, das war jetzt Das war aber blöd hier, ey Ei, 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 ei Komm, 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 komm Bleib ich bei dem Tank jetzt hier Mist Mist, ey, das gibt's doch nicht Ja gut, das war jetzt ein bisschen hier Durcheinander alles Da hab ich überhaupt irgendein getroffen Ich konnte mich gar nicht treffen Da hab ich Einfach Einfach rein gesprayt Einfach da rein Ja, das bekommen wir schon Denk Ich weiß nicht, was der Denk hier macht Fokussieren wir unsere Angriffe auf das Licht Lass dich heilen Ja komm Was gibt's denn nicht? Ja mach den doch mal jetzt down hier Mist, Mist Ich weiß es nicht, Alter Ich darf mich nicht jetzt am Tank hängen Das ist jetzt ein bisschen blöd Keine Ahnung, die Ich glaube, ein Ein Angreifer muss dabei sein Beim Tank und ein Healer Alter, da läuft ja gar nichts hier Ich weiß nicht, was der hier macht Der kann doch buffen Der kann doch irgendwie buffen Ja, nee Nee Nee, 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 nee Nee, nee Ah Nein Nein, nein Ah Mist, ey Ich hab sie aber rausgepullt Ja gut, aber das bringt ja auch nichts Keine Ahnung, was hier ist Meine Güte Ey, als Angreifer Die DDs haben eigentlich voll einfach Einfach rein sprayen Das war's Ich kann mich da nicht so nicht Ich kann mich so nicht Ich kann mich so nicht Handfreund mit denen Oh, nee Komm jetzt Ja, ey Ja, nee Ich kann da nichts machen Keine Ahnung, was ich tue Kein Plan, was der Andrich macht Der Wolf Ayer oder so Weiß ich nicht, man Das wird ja gar nichts hier Schade Das war eine Rotzrunde, ey Nee, mit dem Team kann ich gar nicht spielen Irgendwie Mit dem kann Nee, weiß ich nicht, Leute Mit dem kann ich wirklich nicht spielen 0 zu 1 Ah ja 0 zu 1 0 zu 1 Geht ja gar nicht, soll noch eine Runde Mal schauen Verlängerung Oder Also es hat ein Left Oder wir verlieren Keine Ahnung, was der macht hier Chill sein Leben einfach nur Ja Hat er aber verwechselt, dass der ein Healer ist Oder ein Buffer Wieso steht sie so komisch Als ob sie gleich Keine Ahnung gegen die So Bruch erleidet Im Becken hier Okay Na gut Ich bin gespannt Kommt Macht was Leute Macht was Jetzt kommt Hier hin Kommt Kommt Mach was Den kommt schon Nee Weg 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 Ja Den Den hole ich mir noch. Den werde ich auf jeden Fall healen. Da bleib ich dran. Komm, 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 schneller. Komm, 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 komm. Blöde Barriere hier. Egal was passiert, einfach healen, einfach healen. Ah. Ah, Mist, Mist. Ei, 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 ei. Heal, 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 heal. Ah, der ist gleich down, ey. Okay, das machen wir gut hier, da oben. Ja. Nein, hole dich. Komm, den hole ich mir. Ey, ich darf das nicht machen. Aber der denkt, der kann ja auch mal was machen hier, ey. Ah, Mist. Komm, 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 komm. Nein. 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 Der hatte sein Special angehabt. Äh, Mist, hat er mich noch erwischt? Alter. Ich habe extra noch mein Ulti gezündet. Ach, damit meine hier Kameraden das haben. Komm, 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 komm. Warum schaffe ich das noch? Ich bin bei dir. Nein, 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 anstrengend aber das haben wir gut hinbekommen 2.900er 3 kills oh meine güte nächste runde anstrengend aber diese map mag ich irgendwie nicht ich mag die nicht so jetzt nochmal konzentrieren mal schauen was jetzt abgeht ja gut der wolf hat sich ein bisschen eingespielt hier oder ich glaube wir haben uns eingespielt als team wir haben jetzt drei tanks wir haben jetzt nur angreifer ok komm haben wir den nice nein nein kritisch ja der steht genau komm weg komm da weg komm schnell 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 na komm 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 ja einfach bleiben einfach bleiben einfach bleiben so zusammen das ist gut ok der ist ein bisschen low hier weiß ja nicht schlimm ja komm 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 ah schade ich bin genau da reingesprungen mist da war der jetzt oben ja ich muss mich gleich konzentrieren von oben hat mich jetzt mit glück gewischt mist 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 ist es wichtig dass wir zusammen angreifen komplett zusammen wir zusammen bleiben ja das müsste eigentlich dann klappen einfach zusammen bleiben ich weiß nicht ja den muss auf jeden fall hier das merkst du Mist 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 ja den haben wir noch komm komm Ulti let's go let's go let's go ja schade mann weißt du der wieder dieser komische Revolverheld man hat das überhaupt irgendwas gebracht ey man Ulti komm schneller schneller nehm ich biker das Ziel rein ja 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 komm 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 oh ne weg 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 der muss geheilt werden egal was passiert ist er ist weg 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 muss ich格 was egal was passiert einfach hielen einfach hielen einfach hin einfach hil Weather Meatantes security weiter 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 weg kaum von AOA Ah, ei, 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 Hilfe, 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 Hilfe. Ah, nein, der hat mich gleich... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein! Nein! Ich dachte, mein Dings ist bereit auf ihm. Wie heißt das denn nochmal? Ach, ist ja egal. Mist, 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 Mist. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. 1% Schade. Schade. Weiß ich nicht. Die macht mit dem Dolchen ja gar kein Damage. Da habe ich keine Chance. Einfach keine Chance. Egal wie... Egal, was ich da treffe. Ja, ey, das wird knapp. Komm! Nein, was habe ich getan? Ich dürfte das nicht machen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Schneller, 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 schneller. Komm, 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 komm. Egal, 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 egal. nein was ist denn jetzt los hier haben wir es? komm nein wieder belebung ach schade schade naja was willst du machen war gute runde 6000 gehealt war okay acht kills der skyblocker war okay okay das reicht glaube ich ich fand es nicht schlecht leute was habe ich da bekommen 8800 erfahrungspunkte ich denke mal das war okay so wirklich wirklich einigermaßen akzeptabel ich habe mir mühe gegeben beim healen okay dann bedanke ich mich dass ihr zugeschaut habt meine lieben freunde ich würde mich über einen kommentar freuen über ein like wenn ihr möchtet könnt ihr auch kostenloses abo da lassen ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag und dann bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten Mal